Herzlichen Glückwunsch zu den 1,8 Millionen! Ähm, Leute, wir sind halt wirklich schon 1,8 Millionen hier und ich bin euch so krass dankbar! Okay, jetzt hab ich euch eigentlich schon gesagt, was ich euch unbedingt sagen wollte. Und zwar, danke! Ihr wisst vielleicht, dass ich's nicht immer so einfach hier auf TikTok hatte. Ich hab wirklich schon so einige Hate-Wellen überstanden. Und manchmal waren diese Hate-Wellen so schlimm, dass ich wirklich mit TikTok aufhören wollte. Denn auch wenn ihr mich immer lächelnd hier seht und meistens halt stark, bin ich halt eigentlich gar nicht so stark, wie ich eigentlich so tue. Oft geht es mir wirklich so richtig schlecht durch meine ganzen Panikattacken und Angststörungen. Aber ihr hilft mir so unnormal, mich und mein Leben zu lieben. Ihr wisst vielleicht, dass ich nicht so viele Freunde hab. Okay, ehrlich gesagt hab ich keinen einzigen Freund. Außer Sinan. Und wenn ich mich dann alleine fühle, geh ich auf TikTok und ihr seid da. Und ihr seid wirklich immer da. Egal wie spät es ist, ihr baut mich einfach wirklich immer auf. Und dafür bin ich einfach so, so dankbar. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, euch genauso glücklich zu machen, wie ihr mich glücklich macht. Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir zusammen als Community noch reißen werden. Wer weiß, vielleicht knacken wir dieses Jahr sogar noch die 2 Millionen. Das wäre halt echt überheftig. Aber auch wenn wir das nicht schaffen sollten, ist es natürlich auch nicht schlimm, denn jeder von euch hat schon einen Riesenplatz in meinem Herz. shave8 SARS O